Wie fühlen sich zehn Jahre an? Das ist relativ. Ganz schön langsam. Ein Auf und Ab. Himmlisch. In einem Jahrzehnt geschieht sehr viel im Geschäftsleben. Die Unternehmerakademie begleitet Unternehmen seit über zehn Jahren. Ein guter Grund, Sie jetzt einzulagen, gemeinsam mit uns zu feiern. Gleich anmelden. Wir sehen uns am 18.11. im Wifi. Wir sehen uns am 18.11. im Wifi.